Herzlich willkommen zu diesem Video über das neue Gimbal von Hohem, das ist das iSteady M6, ein besonderes Gimbal. Definitiv ein wirklich besonderes Gimbal, was euch viele Funktionen bietet, welches andere Gimbals euch nicht bieten. Da gehen wir jetzt in diesem Video drauf ein, das ist wirklich ein grandioses Gimbal und ja, ich halte es gerade falsch rum, aber nur damit ihr es besser sehen könnt. Kommen wir gleich zum Eingemachten. Also hier geht es klar, jedes andere Gimbal auch kann hier stabilisiert werden, hoch, krank, quer, alles gar kein Problem. Kommen wir zur ersten Besonderheit, wenn ich hier diese Taste drücke, das Fokusrädchen, sage ich jetzt mal, kann ich jetzt hier ein zusätzliches Licht aktivieren. Das ist nicht besonders, ja, besonders, passt gut, nicht besonders, besonders, weil das halt andere Geräte eventuell auch bieten. Was hier jetzt besonders ist, ist, dass das Gimbal uns tracken kann. In diesem Licht befindet sich eine extra Kamera, die neben der normalen Kamera, ja, wie gesagt, euch erfassen kann. Das heißt, ich mache einmal so, ihr seht das, das Smartphone reagiert schon und folgt mir jetzt automatisch. Ich kann die Hand wieder heben, mache hier quasi einen Stopp und dann bleibt das Gimbal wieder stehen und ich kann mich hier frei bewegen und nichts passiert. Ich komme wieder ins Bild, mache wieder hier einen auf den hier und schon folgt mir das Gimbal. Es folgt mir nach oben, nach unten. Ihr seht, ich schneide das hier auch mal rein, die Aufnahme aus dem Smartphone. Und ich bin immer im Bild und das ist wirklich eine tolle Funktion, wenn ihr alleine auf einer Messe seid oder ähnliches. Hey, hier auch noch mal bitte, weil auch diese Kamera wird mit einem iSteady Gimbal, ja, quasi getrackt. Kommt natürlich wahrscheinlich durcheinander. Wenn ich hier Stopp mache, dann geht die vielleicht da auch da auf Stopp. Ist für Kameras, stelle ich auch noch vor, das ist mich der größere Bruder, aber wir bleiben hier erstmal beim Smartphone Gimbal, was ja wirklich eine tolle Funktion hat. Die nächste gute Geschichte ist auch definitiv, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben, hier Sachen anzubringen. Klar, wir haben hier oben Licht drauf, wir haben aber noch drei weitere Stativgewindel am Gimbal, um hier etwas zu befestigen oder anzubringen. Und das ist wirklich auch sehr gut, bietet euch halt auch nicht jedes Gimbal. Und wir haben die Möglichkeit, über USB-C euer Smartphone, euer iPhone und Co. direkt in der Verwendung zu laden. Ich benutze hier ein Pixel 7 Pro, ein, ja, oder das zurzeit größte und schwerste Telefon der Google-Serie und da hat das Gimbal keine Probleme mit. Also, das ist auch kein Ding. Ich verlinke euch mal das Produkt, wo auch aufgeführt ist, welche Telefone explizit dort passen. Aber hier ist, wie gesagt, das Pixel 7 Pro, was übrigens in der Liste auch, glaube ich, nicht drin war, wie ich heute geguckt habe. Aber das zum Thema Gewicht, also das ist in dem Fall kein Problem. Wir haben vorne einen Trigger, um zum Beispiel Selfie-Aufnahmen zu machen. Wenn ich dreimal drücke, dann dreht sich das Gimbal, beziehungsweise die Kamera zu uns selber, wirjenige, die das Gimbal führen, für perfekte Selfie-Aufnahmen. Auf der Unterseite befindet sich natürlich ein Stativgewinde, sodass wir das Gimbal auch auf einem Stativ entsprechend anbringen können, so wie ihr das hier jetzt gerade seht. Und dann steht das da auch sicher, aber das bieten euch andere Gimbals halt auch. Wir haben auf der Vorderseite ein Display, das ist kein Touch-Display, aber das braucht man nicht unbedingt, weil die Funktionen doch echt überschaubar sind. Das kleine goldene Rädchen kann zoomen, sofern das unterstützt wird von eurem Telefon. Und wir haben dort eine Rekord-Taste. Nun kommt die nächste ganz, ganz große Besonderheit. Und was das Gimbal auch so besonders macht, ist der Fakt, ist der Punkt, dass ihr nicht unbedingt die App braucht. Wer schon mal so ein Gimbal hatte, dann ist die App nicht hundertprozentig, die funktioniert nicht so gut. Da wird nicht so viel investiert vom Hersteller, wie auch immer, oder sie wird nicht gepflegt und ein neues Modell funktioniert nicht mehr oder deine neue Software-Version nicht. Und da gibt es halt Probleme. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Und es gibt dann halt auch oft Diskrepanzen, das bedeutet, euer Telefon kann 60 Frames 4K-Aufnahmen machen, aber die App unterstützt es nicht, beziehungsweise verbietet die Software des Telefons, dass Fremdsoftware diese Funktion nutzen kann. Das heißt, ihr seid dann eingeschränkt. Es gibt bestimmte Funktionen, die ihr gerne mit eurer Kamera nutzt, die dann aber nicht funktionieren, weil das Gimbal das einfach, beziehungsweise die App des Gimbals das nicht unterstützt. Hier können wir das Ganze umgehen. Ich beende jetzt einfach mal hier die Aufnahme. Durch das Drücken habe ich jetzt die Videoaufnahme beendet bei dem Telefon, ohne dass ich die HOM-App nutze. Die ist nicht schlecht, keine Frage, aber ich brauche hier nur das Telefon einspannen, die Kamera öffnen, meinen normalen Workflow quasi ausführen beim iPhone. Völlig egal, ihr braucht da keine extra App oder was auch immer. Ich starte hier per Bluetooth läuft das Ganze, wenn es einmal bekannt gemacht wurde über die App, starte ich dann hier die Aufnahme, mache ich jetzt nochmal. Ich starte jetzt hier einfach die Smartphone-Aufnahme, mache hier einen auf den hier und jetzt folgt mir das ganze Setup wieder. Das war's. Und ihr könnt die Standard-App vom Telefon einfach weiterverwenden. Und das ist besonders, weil andere Systeme euch dann wieder irgendwelche Möglichkeiten nicht bieten. Zum Beispiel kann ich da nicht mehr zoomen oder, oder, oder. Nee, das funktioniert alles autark, ohne eine App installieren oder ausführen zu müssen. Und das macht euch natürlich oder gibt euch wesentlich mehr Möglichkeiten, dieses Gimbal zu benutzen. Also ihr seid nicht auf die App vom Hersteller angewiesen. Es kann euch völlig egal sein, ob die weiter gepflegt wird oder nicht, sondern ihr könnt es einfach hier benutzen. Das ist kein Thema. Und das finde ich halt ganz, ganz besonders. Wie angesprochen könnt ihr Hochkantaufnahmen machen oder vertikale Aufnahmen. Hier stoppen wir das Ganze mal. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte mich ja selber filmen mit der Selfie-Kamera und aufs Display gucken, ob ich im Bild bin und so, seht ihr schon, das funktioniert ja nicht, weil, naja, der Sensor, der guckt ja nach vorne. Da gibt es einen ganz anderen, einfachen Weg. Ihr könnt den einfach abnehmen, einmal umdrehen und jetzt zeigt der Sensor einfach zu mir und jetzt kann ich den auch wieder ganz normal benutzen beziehungsweise mit der entsprechenden App, um Selfie-Aufnahmen über das Telefon und deren Display zu machen. Also auch das funktioniert ganz einfach, wie ihr gesehen habt. Einfach abnehmen, einmal umdrehen, dann wieder starten die ganze Geschichte und dann könnt ihr auch die Selfie-Kamera voll in eurem Telefon nehmen und müsst nicht hier, ne, irgendwie eine extra App haben oder sowas. Das ist also kein Problem. Dann haben wir hier, wer gerne Zeitraffer-Aufnahmen und Co. macht, haben wir hier eine A- und B-Taste. Dort können wir einen A-Punkt setzen, der ist links und der B-Punkt ist rechts und dann fährt die Kamera in einer vorgegebenen Zeit, könnt ihr über die App einstellen, dann fest, aber da könnt ihr jederzeit hier einen A- und B-Punkt setzen und dann fährt die Kamera da langsam rüber. Optimal für Zeitraffer-Aufnahmen und ähnliches. Wer halt nicht unbedingt, ja, die Kamera statisch haben möchte, kann die auch sich leicht bewegen lassen. Das ist auch eine gute Funktion. Wie angesprochen, kann ich sie zoomen und ich habe einen Steuer-Stick, den habe ich, glaube ich, auch noch nicht erwähnt, dass ich halt das Gimbal auch entsprechend bewegen kann. Wer meine Videos kennt, da habe ich ja mal vorgestellt, was man mit so einem Gimbal alles machen kann und natürlich haben wir verschiedene Modis, um das Ganze zu steuern. Ihr seht, jetzt kippt die Kamera mit. Wenn ich nach hinten mache, guckt sie jetzt nach oben. Natürlich haben wir auch verschiedene Modis und sowas, was halt andere Gimbals auch bieten, wo ich jetzt eher weniger darauf eingehe. Wir haben aber eine Menü-Taste, wo wir direkt dann die verschiedenen Modis ändern können. Aber die Besonderheit bei diesem Gimbal ist einfach, na klar, das AI oder das KI-Tracking, dass ihr getrackt werdet. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Simon, du bist jetzt ja immer super im Bild, jetzt habe ich mehrere Personen. Die Software ist so intelligent, ich war auf einer Messe, ich blende euch das hier mal ein, da ist zu sehen, dass mehrere Leute im Bild sind, aber trotzdem werde nur ich als Master getrackt. Also derjenige, der die Aufnahme oder das Tracking startet, der ist die Nummer 1. Nächstes Problem ist natürlich, wie eben angesprochen, ich stehe jetzt in meiner Mitte, ich möchte jetzt am Rand stehen, weil hier eine zweite Person steht. Funktioniert eventuell nicht. Das ist auch ganz einfach gestaltet. Ihr macht einfach diese Handgeste, stellt euch an den Rand, macht wieder die Handgeste und jetzt stehe ich links im Bild. Und jetzt könnte hier rechts eine andere Person stehen, weil ich immer links im Bild stehe. Und ich denke, das ist auch eine tolle Funktion. Das, was ich euch natürlich jetzt zeige, funktioniert natürlich auch mit dem Smartphone. Das ist dahingehend natürlich wichtig, weil je nach Smartphone, welches ihr benutzt, die Linse ja woanders sich befindet. Wie angesprochen, das ist ja das Pixel-Phone. Hier ist jetzt vielleicht, je nachdem welche Kamera ich benutze, die Kamera hier oder da. Und bei eurem iPhone sitzt sie vielleicht weiter höher, weiter nach innen versetzt, wie auch immer. Hochkant und quer ist ja auch wieder eine ganz andere Nummer. Dann ganz einfach die Geschichte, was ich euch eben gezeigt habe. Einmal diese Geste machen, euch so positionieren, wie ihr es gerne möchtet. Nochmal die Geste machen und dann ist dieser Punkt fix. Und die Kamera wird euch entsprechend rechts, links, oben, unten im Bild behalten. Also wenn euer Kopf abgeschnitten ist, warum auch immer, macht die Geste. Stellt euch vernünftig hin, wie ihr das möchtet. Und dann ist das alles wieder eingerichtet. Und ihr seht, das Ganze funktioniert ohne App. Einfach die Smartphone-Kamera starten, diese paar Gesten müsst ihr auswendig kennen, stoppen, tracken oder halt auch den Fokus bzw. nein, den Bildausschnitt wählen. Und dann war es das auch schon. Und da unterstützt euch das Gimbal, wie gesagt, ganz ohne andere Software nutzen zu müssen. Bleibt in eurem Workflow, nutzt eure Kamera wie sonst auch für Zeitraffer, für Videos, wie auch immer. Und das Gimbal unterstützt euch. Und das finde ich so beeindruckend, dass ich halt, ja, wie gesagt, keine App brauche, die so ein bisschen semi ist vielleicht. Und ich denke, das ist eine coole Geschichte. Wie schon angesprochen, wir haben auch die Möglichkeit, dieses Licht, jetzt kann ich über das Fokusrad dimmen. Also das ist aber gut, es ist natürlich nicht extrem hell. Aber ich habe natürlich die Möglichkeit, hier oben ein Licht durch ein Stativgewinn anzubringen. Hier vorne eins anzubringen. Hier an der Seite eins anzubringen. Also hey, da habt ihr eine Menge Möglichkeiten. Also auch Mikrofone, Funkmikrofone und Co. Könnt ihr da anbringen. Gar kein Thema. Also das ist wirklich gut. Da habt ihr eine Menge Möglichkeiten. Natürlich könnt ihr auch entsprechend diese Taste programmieren. Wie gesagt, dann auch für Zoom oder für seitliche Schwenks und Co. Ja, das soll mein Video sein zum M6 von Hohem. Was auch, ja, ich teste eigentlich schon viele Jahre Gimbals. Und muss auch ehrlich geschehen, dass ich diesen Hersteller nie so wirklich auf dem Schirm hatte. Das waren immer so Gimbals, die mir optisch nicht so gefallen haben. Aber das hat sich jetzt geändert. Ich finde diese roten Akzente, naja, dieses Rot-Gold. Oh, Männer und Farben. Also, ne, ihr seht das. Also ich finde, das passt gut. Gut, es spiegelt sich auch hier tatsächlich in meinem Knauf wieder, meinem Kugelkopf. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Es ist hier leicht gummiert. Da steht irgendwas mit Leder, habe ich irgendwo gelesen. Ne, das nicht wirklich. Aber es gefällt mir sehr, sehr gut. Und das hat sich geändert. Und ich bin froh, dass ich dieses Gimbal getestet habe. Wie gesagt, ich teste das auch noch. Das ist das Große. Das heißt M16, glaube ich. Ich korrigiere mich bitte, sonst schreibe ich es unten nochmal rein. Da kommt definitiv jetzt in Kürze auch noch ein Video drüber. Ist im Prinzip auch optisch genau dasselbe Gimbal, nur halt für größere Kameras. Größere Kameras, großer Preis, große Kamera. Kleiner Preis, kleine Kameras, kleiner Preis. In Anführungsstrichen. 229 ist, glaube ich, der tagesaktuelle Preis. Zum Beispiel jetzt bei Amazon. Ist etwas mehr als andere Gimbals. Aber ihr bekommt auch, meines Erachtens, mehr als bei anderen Gimbals. Dieses Tracking, wer selber Videos macht, wer selber Vlogs macht und Co. Sich selbst in Szene setzen muss und nicht noch einen Kameramann bezahlen kann oder sowas. Der wird sagen, das ist mein virtueller, mein KI-Kameramann hier oben drin. Der wird sicherlich mit diesem Gimbal seine wahre Freude haben. Was gefällt mir nicht ganz so gut beim Hohem M6? Ich habe es jetzt hier mal im Hochkantformat. Das ist ein bisschen umständlicher. Bei anderen Gimbals kann ich eine Kombination eingeben oder einen Befehl eingeben und dann wird das Telefon quasi gedreht. Das habe ich hier bei diesem Setup nicht. Das muss ich mechanisch machen. Ich muss also das Gimbal einmal in Pause machen oder ausschalten. Das Telefon hochkant stellen und dann wieder einschalten. Also mal eben drücken oder so. Das funktioniert mit dem Gimbal nicht. Wie ihr aber sehr gut sehen könnt, das habe ich ja eben auch schon einmal gemacht, den Rücken zu wenden, ist kein Problem. Trotzdem werdet ihr durch das System ziemlich gut erkannt. Wer sagt, ich möchte nicht die ganze Zeit über dieses Modul gefilmt werden, der hat hier die Möglichkeit, einen mechanischen Schalter nach hinten zu kippen. Jetzt ist das Kameramodul ausgeschaltet, aber das Licht funktioniert halt trotzdem noch. Aber das Kameramodul ist jetzt ausgeschaltet und ihr werdet nicht beobachtet, wen das jetzt stören sollte. Als zweiten und meines Erachtens letzten Negativpunkt würde ich eventuell noch den Preis sehen. Mit 229 Euro ist dieser recht hoch. Aber ich bekomme natürlich neueste Technik. Die ist immer teurer und neueste Funktion, die einem natürlich nicht jedes Setup bietet und daher sehr interessant ist. Ich denke, jeder muss jetzt selber für sich entscheiden, ob er das bereit ist auszugeben für diesen Mehrwert, dieses Tracking. Das funktioniert gut, keine Frage, das kann ich euch sagen, aber der Preis ist doch recht hoch. Aber vielleicht lohnt es sich ein halbes Jahr zu warten und einfach mal zu gucken, ob die Preise fallen, weil auch sicherlich Mitbewerber demnächst ähnliche Produkte auf den Markt bringen. Habe ich nämlich auch schon gehört auf einer Messe IFA in Berlin, da habe ich ein ähnliches Setup schon vorgestellt. Entsprechendes Video findet ihr hier oben. Ich hoffe, mein Video konnte euch weiterhelfen. Abonniert gerne den Kanal, dann werdet ihr auch informiert, wenn das Video über das große Gimbal online ist. Und ja, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut. Ciao. Ciao. Ich frage mich gerade, wie ich an den Knopf komme zum Ausmachen. Der geht immer weg. Verdammt. Ja, so geht's.